Die Bahnhof-Apotheke und die Apotheke Dr. Stoffel im Albuville – Ihre Rotpunkt-Apotheken für die ganze Familie in Rapperswil. Wir führen ein breites Sortiment rezeptpflichtiger und rezeptfreier Medikamente. Alle Mutter-Kind-Artikel erhalten Sie zu Dauertiefpreisen. Eltern finden hier alles, um ihre Kleinen gesund groß zu bekommen. Die Abteilung für Komplementärmedizin umfasst homöopathische Produkte, phytotherapeutische Artikel und über 100 Arzneimittel aus der traditionellen chinesischen Medizin. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Herzstiftung bieten wir einen Herzcheck mit Cholesterinmessung, Blutdruckmessung, Bestimmung des Blutzuckerwertes und Bauchumfangmessung an. Eine Vitalstoffmessung ermittelt Ihren individuellen Bedarf an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und Co. Wir stellen Ihnen Ihre persönliche Mischung zusammen, damit Gesundheitsbeeinträchtigungen durch Vitalstoffmangel der Vergangenheit angehören. Beratung wird in den Apotheken Dr. Stoffel besonders wichtig genommen. Kibun bringt Bewegung in Ihren Alltag. Mit dem Kibut laufen Erwachsene wie auf weichem Moos. Das entspannt den Rücken und schont die Gelenke. Joycey der Kinderschuh trainiert die Körperhaltung und fördert die Konzentration. Unsere umfangreiche Drogerieabteilung umfasst Dermokosmetik der Marken Vichy, La Roche-Posay, Louis-Wittmer, Avene und Hauschka sowie Zahnpflegeprodukte und Hygieneartikel aller Art. Mit unserer Kundenkarte erhalten Sie auf alle Produkte 5% Rabatt. Ihre Gesundheit sollte es Ihnen wert sein. osity und hymne. HHH www.hanschep-salentuth-batsch.en www.hanschep-salent.�� ushi-s..? Expän los Produkte People Web